Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zur Cultures, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind in der Mission Mexiko immer noch. Hier ist alles schön friedlich. Gerade noch. Unsere Schuhe 3 stehen schon seit einer Weile leer. Aber Schuhe sind noch genug drin. Wir erwarten, dass unser Brauteam erwachsen wird. Während wir dann langsam mal in diese Richtung expandieren sollten. Und ja, Kaserne stellen wir hier auf. Da haben sie es nicht weit zur Brauerei. Oh, und jemand ist schon erwachsen. Das heißt, er kann in die Schule gehen. Und dort Braumeister lernen. Töpferei steht schon seit einer Weile leer. Ist auch nicht so das Problem. So, du wartest in der Schule. Du wirst Bäcker. Du gehst auch schon mal los. Und du sollst auch gleich erwachsen werden. Ja, so wie es aussieht, sind alle Häuser mit Geschirr versorgt. Mal sehen, ob auch alle Häuser dann Möbel kriegen. So, du wirst Träger. Du heiratest gleich mal. Ziehst hier ein. Und fängst an... ...bier zu brauen. Okay, was ich zugeben muss, was ein klein bisschen blöd werden dürfte... ...ist der Bogenmacher. So, du hast Träger gelernt. Also, arbeitest du auch mal. Gut. Weil unser Jäger ist hier oben. Oh, was ist fertig? Die Möbelwerkstelle ist fertig. Sehr gut. Hier ist die Goldmine doof. Hier wäre sie wahrscheinlich besser. Oder noch besser hier. Aber hier müsste die Eisenmine eher hin. Wobei die Eisenmine eher hier drüben hin sollte. Ach ja. Du sollst natürlich auch hier einziehen. Unser Holzfäder ist leider noch nicht verheiratet. Also brauchen wir noch eine Frau. Und sollten wir uns auch mal dran machen, die beiden Jungs für Gold und Eisenerz zu kriegen. Und hier an den Pilzsammler. Dann muss ich den Bogenmacher wahrscheinlich hier irgendwo hinsetzen. Damit er auch an Leder rankommt. Nahrung wird im Überfluss produziert. Das ist sehr gut. Und wahrscheinlich haben sich die Leute bis jetzt gefragt, warum ich so laut bin. Und wahrscheinlich übersteuere, weil ich vergessen habe, die Musik ein... ...die Lautstärke einzustellen. Ja. Kleine Fehler halt. So, die Kinder kommen langsam wieder. Hier ein bisschen Holz wegschlagen und dann gucken wir, wie wir die Gebäude platzieren. Eigentlich bräuchte ich ein Zweifamilienhaus für den Goldschmied und den zweiten Holzfäder. Und ein Zweifamilienhaus für die beiden Eisenschmiede. Und ja, ich denke, Fisch wird nicht so schnell alle gehen. Ich habe nämlich langsam schon so den Verdacht, dass es in der Mission geskriptet ist, dass die Fische nicht weniger werden können. Eigentlich müsste mittlerweile schon der See leer gefischt sein. So tief, wie wir schon drin sind in der Mission. So, du brauchst noch ein Holz. Wie praktisch, dass du gleich den Holzfäder nebenan hast. Oder du holst hier Holz. Du holst Stein. Okay, es wird Bier gebraut. Du bist ein Junge. Du bist auch ein Junge. Nur hier hinten bist ein Junge. Und hier wird ein Mädchen. Ja. Pilzsammler. Frau für den Holzfäder. Zweiter Holzfäder. Goldschmied. Das heißt noch ein Mädchen. Oder vielleicht erstmal den ersten Eisenschmied. Und dann lasse ich den Holzfäder hier Holzfäder sein. Also Holzfäder und Möbelwerkstatt. Und den zweiten Holzfäder. Da lasse ich Holzfäden. Und Bögen machen. Der hier kann höchstens noch die Speerwerkstatt kriegen, damit er Speere herstellen kann. Ja, das kann ich auch gleich mal im Auftrag geben. Und der braucht halt dringend eine Frau, die viel Nahrung macht. So, ich denke mal, Pilze gibt es hier zwischen den Bäumen genug, hoffe ich mal. Damit unser Pilzsammler zum Druiden wird und Öl herstellt. Ich würde mir ja wünschen, dass Öl nur in bestimmten, dass ich das einstellen könnte, dass Öl nur in bestimmten Gebäuden verheizt wird. Aber das kann ich leider nicht. Das geht dann erst im zweiten Teil leider. Wo bist du gerade? Ach, da oben. Du bist Bierbrauer, ja, das ist klar, du. Ach, da ist er. Achso, du gehst ja auch hier rüber, ja. Den Wegweißern folgend. Ja, Goldschmiede. Goldschürfer, Eisenschürfer und Weber sind dann die nächsten drei. Beziehungsweise noch die Holzwälderhütte. Also nicht Weber, sondern erstmal Schäfer. Du wohnst hier, ja. Schäfer und Weber nebeneinander. Wobei, den Schäfer findet er noch ein bisschen südlicher. Also hier hin. Oder den Weber da oben neben die Lehmhütte. So, Zweifamilienhaus ist fertig. Was ist mit dir? Arbeitet, okay. Du? Machst erstmal wieder Schuhe, weil da sind wir ein bisschen runter. Wie sieht's bei Geschirr aus? Könnte unser Töpfer... ...auch mal wieder herstellen. Ja, das Hausfederzeit steht schon eine Weile leer. Wehe, du findest keinen Stein. Der ist direkt neben deiner Hütte. Gut. Der Stein ist wahrscheinlich da oben, weil du den Stein abgeliefert hast. So, für dich wird's dann mal Zeit, dass du, wenn du das Holz da eingelagert hast. Um schulzt. Und Tischler wirst. So, gucken wir mal in unsere Liste. Normalerweise ist nur unser Fischer obdachlos. Naja, und solange er Fischer ist, würde das wohl bleiben. Ja, ich weiß, klingt ein bisschen grausam. Aber ich werde ihm jetzt nicht unbedingt ein... ...Wohnzelt in die Nähe meiner Farm bauen, nur damit er einen Schlafplatz hat. Naja, ich könnte sie da oben, das Wohnzelt da oben hin bauen. Na komm, bauen wir da oben ein Wohnzelt hin, sind wir mal nicht so grausam. Da oben seht die Flaps cliff, bis dich ist dann der Sale. Ab so nachdem. Abschluss für einen Auf- alright dazu kann auf derukee End. Und so pas Course passiert mament auch hier solltest. Whereas Hence ein Bais люди savings. Untertitelung des ZDF, 2020